Musik Ja, liebe Freunde, liebe Freunde des TSV Felmer, der TSV Handball veranstaltet am Samstag, dem 17. Dezember, seitens diesjähriger Weihnachtsfeier und zwar im Bürgerhaus Felmer West. Alle Informationen dazu findet ihr auf der eingebetteten Internetseite. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr gemeinsam mit uns diesen Abend verbringt. Es gibt viele solle Gespräche. Es gibt eine Band, die dabei ist. Es gibt ein leckeres Buffet. Das ist alles für 15 Euro. Kinder unter 12 Jahren fallen nur 7 Euro. Also, worauf geht's? TSV Fans. Let's go! Musik Woodagement Musik Höörre Untertitelung des ZDF, 2020